Sag's mir, warum jemand kicken muss? Das muss man nur machen, wenn er keinen Skill hat. Und er hat keinen Skill, weil er kleiner ist wie der dreijähriger Kackmusser. Er ist 13, du Hütte! Halt die Presse! Mit sowas wie dir will ich grad nicht reden, du Untermenschen! Ja, dann geh raus! Ich spreng ihn, du Hütte! Ich spreng ihn, du Hütte! Was bist du denn für ein kleines tatsächliches Fick-Schnitzel, ey? Weil ich mich über sowas wie euch aufgege! Geht wieder kaputt, geht wieder kaputt! Geht wieder kaputt! Geht wieder kaputt! Jetzt kommt dieser eine Typ! Geht auch Anabolika oder Miaka, weil er nicht hochkriegt oder was? Geht wieder kaputt, geht wieder kaputt! Geht wieder kaputt, geht wieder kaputt! Geht wieder kaputt!